Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Guten Abend, eigentlich hätten wir vorgesehen, dass wir heute hier vorne zu dritt stünden. Wir wollten den Workshop zusammen mit Herrn Professor Petzold gestalten und zu unserem großen Bedauern ist er leider krank und kann nicht bei uns sein, aber in Gedanken ist er sicher jetzt mit uns verbunden und als äusseres Zeichen habe ich dieses schwere Buch mitgenommen. Das ist Band 2 des Bach-Kommentars, auf den wir angewiesen sind bei unserer Arbeit. In diesem Band 2 sind die Kantaten vom ersten Advent bis Trinitatis behandelt und in einem zweiten ähnlichen Band alle Trinitatis-Kantaten. Und die Bände 3 und 4 erwarten wir noch. Wir hoffen, dass sie dieses Jahr noch erscheinen sollten. Aus diesem Grund müssen wir dann auch für die Reflexion zwischen den beiden Kantaten-Aufführungen eine Notlösung treffen und wir bitten Sie, mit dieser Notlösung zufrieden zu sein. Herr Arthur Godell wird ein Interview mit mir machen, wir werden so in einem Gespräch Ihnen etwas zu erzählen versuchen, wir hoffen, es werde Ihren Ansprüchen einigermassen genügen. Nun aber zu dieser Kantate. Es ist eine Kantate zum Sonntag nach Neujahr, dann ist zu predigen über den Abschnitt aus dem Matthäusevangelium von der Flucht nach Ägypten. Und das Thema zieht sich ja durch die ganze Kantate durch dieses Fliehenmüssen, diesen beschwerlichen Weg und wie man dann bald auch merkt, ist es eine Dialogkantate, ein Gespräch. Da müssen wir nun schauen dann, wer da jetzt mit wem spricht. Normalerweise ist eine Idealkantate eine Kantate, in der ein glaubender Mensch mit Jesus Christus spricht. Hier aber ist es irgendwie anders. Wir werden es sehen. Aber wir gehen jetzt zuerst hinein in die Nummer eins. Ein Choral mit anschließend einem Text zugesetzt vom unbekannten Dichter. Nummer eins, Choral, Sopran und Arie, Bass. Bitte, Räutig. Ich sing Ihnen einmal den Choral. Ach Gott, wie manches Herz leid. Die Terz, der Aufschwung in die obere Wechselnote und wieder zurück ins A. Begegnet mir zu dieser Zeit. Eine Kadenz in der Dominante. Nicht wichtig, was das heisst. Der schmale Weg ist trübs als voll. Klingt doch eigentlich recht optimistisch. Vielleicht aus dem Grund, weil die vierte Zeile heisst. Den ich zum Himmel wandern soll. Die Sopranistin ist sich bewusst, dass sie in den Himmel möchte. Der Fall ist also klar. Eine gläubige Person. Sie wissen, man kann einen Choral auf ganz verschiedene Art und Weisen harmonisieren. Man könnte zum Beispiel, wenn es heisst von Herze leid. Ach Gott, wie manches Herze leid. Das könnte durchaus Johann Sebastian Bach sein. Hier aber macht er es folgendermassen. Ach Gott, wie manches Herze leid. Recht mild. Überhaupt, wenn wir die Klänge des Orchesters hören. In der Erstfassung war es nur Streicher. In der zweiten Fassung aus den 30er Jahren kommen noch Oboen dazu, welche die Streicherstimmen quasi schattieren, mit einer Farbe nachzeichnen, collapartieren, go la mit der Stimme, go la parte. Hören Sie das Ritonelle. Ach Gott, wie manches Herze leid. Nur Geduld, Geduld, mein Herze. Geduld, Geduld, mein Herze. Nur Geduld. Nun haben Sie die ersten Töne des Bassisten gehört. Nur Geduld, 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 mein Herz. Geduld, Geduld, mein Herze. Liebevolles in den Arm nehmen der ängstlichen Person. Ich hab dich gern und du musst dich gedulden. Es kommt schon gut raus. Die Sopranistin singt, begegnet mir zu dieser Zeit. Und was singt der Bass dazu? Eine böse, eine böse, böse Zeit. Mit Dissonanz und Moll gefärbt, singt der Bass. Die Zeit ist eine böse Zeit. Ich glaube, hier brauchen wir den Theologen. Die Zeit ist eigentlich schon recht, aber die Menschen sind, wie ein Thurgauer Bauer einmal gesagt hat, die Welt ist schon recht, aber die Leute sind das halb. Es liegt an den Menschen, die diese Welt verdorben haben. Was würde jetzt Petzold hier geschrieben haben über die böse Zeit? Gute Frage. Ja, wir könnten es danach schauen. Ich mache doch ein kleines, ich gehe ein bisschen weiter. Ich erkläre ein paar theoretische Sachen. Vielleicht kannst du dich hier noch genau erkundigen. Sie sehen, Sie wissen, wir sind spontan, Charles und ich. Ich wollte nämlich heute mit Ihnen etwas Kompliziertes tun. Die Gelegenheit, einmal richtig Musiktheorie zu betreiben. Und zwar so, dass sie lustvoll ist, dass Sie sagen, ah, das gefällt mir, in dieser Art und Weise würde ich gerne Musiktheorie betreiben. Wenn sie nämlich zum Erklären hilft. Vielleicht haben Sie es hier gehört. Eine böse, eine böse, böse Zeit. Das Stück ist ja ein Dur. Man könnte nämlich Ali, Mini, Endli dazu singen. Wenn es nämlich Moll ist. Das ist immer dann, wenn die Mutter, das Mutterentchen traurig ist, wenn die Kleinen dann groß geworden sind und davon schwimmen. Also Moll und Dur, das sind die Tongeschlechter. Ein Stück kann in Moll sein, ein Stück kann in Dur sein. Karl, du sagst, wenn du dann eine Antwort hast auf die Frage, die ich dir gestellt habe. Einfach sagen, hallo, höre mal auf mit der Theorie. Jetzt in einer Tonart wie C-Dur. Strahlendes Dur natürlich, selbstverständlich optimistisch. Jetzt könnte ich mit einem kleinen Handgriff das dazugehörige Moll finden. Das Gleichname, das Parallele. Jetzt bin ich in A-Moll. Ali, Mini, Endli, Sie hören, es ist nicht richtig. Es muss Moll sein. Ali, Mini, Endli. Aber ich bin gleich wieder dabei. Jetzt gibt es aber das sogenannte gleichnamige Moll, das C-Moll. Das ist dann wirklich anders. Das wäre Moll. Das ist Dur. Bei Schubert haben wir diese wunderbaren Sachen quasi. Will dich im Traum nicht stören, es wäre schade um deine Ruhe. Dieses Dur hat etwas Ironisches, hat etwas Vergiftetes, grossartig. Und nachher macht er... Und er wechselt direkt. Maggiore, Minore. Bach macht das aber nun ganz anders. Ich möchte Ihnen den Anfang mal vorwärts spielen. Hier gibt es nur im Anfang, Sie können bei Buchstabe Bertha nachschauen, eine interessante kleine Stelle Musik, wo man merkt, ah, das Leiden ist doch vorgezeichnet. Wenn Sie den Bass anschauen, zweite Linie von B. Lam, tim, tam, tim. Es könnte jetzt da, da, da. Di, di, di. Und dann hätten wir da. Kruzifixus, Kruzifixus. Aber dann wäre es ein Mollstück mit einem Passus duriusculus, einem harten Gang. Di, da, 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 da. Er macht aber hier... Di, da, 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 da. Lieblich diese punktierten Rhythmen, die wieder zurückgehen von Moll nach Dur. Wenn Sie jetzt das Beispiel 2 anschauen. Das ist wie Joy to the world. Fröhliches Dur. Aber wenn Sie die Takte vorher anschauen, Beispiel 2, B2. Den kennen Sie natürlich, verminderter Septakkord. Nochmals einen. Jetzt. Nicht das A, sondern das Ass. Wenn Sie sich fragen, was ist ein blau-grauer Pullover? Ist er grau oder blau? Nach der Definition. Sie wissen, hellblau ist hellblau, dunkelblau ist dunkelblau und blau-grau ist grau mit der Bizzeli blau. Das ist die Farbdefinition, habe ich bei meinem alten Zeichnungslehrer im Seminar Rorschach, Herrn Gubler, gelernt. Nun, hier haben wir ein Stück in Dur, also hoffnungsvoll, das immer wieder ins Moll. Hast du eine Antwort jetzt? Es ist eine böse Zeit, das merkt das Publikum jetzt. Ich glaube, wir werden die dann vielleicht ein anderes Mal abhandeln oder bleiben wir bei unserem Moll-Dur. Nämlich, dass Bach ein positiv gefärbtes C-Dur färbt in die Moll-Richtung. Und das ist ein Mittel, das Bach sehr viel verwendet. Und ich möchte diesen Begriff sehr gerne heute, es ist ja ein neues Jahr, einführen, dass wir diesen Begriff ab und zu verwenden und sagen, wann werden wir wieder etwas Moll-Dur hören. Das ist Dur als Hauptfarbe und ein bisschen Moll. Das kommt nämlich auch in anderer Musik vor. Zum Beispiel... Ah... Nämlich... Ganz was anderes als bei der Appenzeller Musik, wo dann sogenannte Moll-Teile dazukommen. Zum Beispiel... Ja... Meistens kommen... Zweiter Teil in der Dominante, aber hier... Das ist Moll, aber das ist das dazugehörige Moll. Und nochmals Moll-Duo, ich würde es Ihnen sehr gerne nochmals zeigen. Jetzt geht er an nach D-Moll, das ist die zugehörige Moll-Duo, und jetzt färbt er dann ein. Ich denke, so wollen wir den ersten Satz einmal belassen. Und zum Rezitativ Nummer 2 übergehen. Wir könnten das in zwei Teile teilen vielleicht. Am Anfang verfolgt dich gleich die arge Welt, so hast du dennoch Gott zum Freunde, der wieder deine Feinde dir stets den Rücken hält. Und dann hören wir den Bezug auf die Geschichte des Evangeliums. Und wenn der wütende Herodes das Urteil eines schnähen Todes gleich über unseren Heiland fällt, so kommt ein Engel in der Nacht und lässt Josef träumen, dass er dem Würger soll entfliehen und nach Ägypten ziehen. Und schließlich dann der Schluss, Gott hat ein Wort, das dich vertrauend macht. Er spricht, wenn Berg und Hügel niedersinken, wenn dich die Flut des Wassers will ertrinken, so will ich dich doch nicht verlassen noch versäumen. Wir haben beides beisammen. Einerseits das Beschwerliche der Reise. Es ist ja eine Flüchtlingsreise. Das junge Paar mit dem neugeborenen Kind muss fliehen nach Ägypten. Aber es wird nicht im Stich gelassen. Es hat Gott zum Freund. Es ist einer da, der ihm den Rücken hält. Ein Rezitativ, ein langes Rezitativ mit sehr vielen verschiedenen Farben, die auf kongeniale Art und Weise, wie wir es ja uns gewohnt sind, von Johann Sebastian Bach in Musik gesetzt wird. Schon der Anfang ist großartig. Verfolg dich gleich. Hören Sie, welcher Ton ist Bach wichtig? Nicht etwa... Verfolg dich gleich, die arge Welt. Eine lutzische Version. Oder wenn ich das Arge herausholen würde. Verfolg dich gleich, die arge Welt. Nein, Bach macht... Verfolg dich gleich, die arge Welt. Die eine Stimme geht hinunter. Die Bassstimme geht... Verfolg dich gleich, die arge Welt. Selbstverständlich vermindert der Septerchord auf Welt. Und er kann so zwei Ebenen darstellen. So hast du dennoch Gott zum Freunde. Hier eine richtige Kadenz. Ein Akkord, der sich korrekt nach den Riegeln auflöst. Hier die Gegenbewegung. Hinauf mit der Melodie und hinunter mit dem Bass. Und gerade zwei nicht aufgelöste Akkorde, nämlich... Der Theoretiker würde sagen, doch, es stimmt, weil E-Dur muss nach A-Dur. Aber der Bass... Grandiose Wirkung. Er kann es theoretisch begründen. Das ist für alle, die das wissen möchten. Und für die anderen, es klingt grandios. Wenn Sie hören, wie das klingt mit dem Sänger. Hier wieder deine Feinde, hier stets den Rücken hält. Da kann man sich darauf verlassen. Eine richtige Kadenz. Und wenn der wütend voll Herodes, das Urteil eines Schmäentodes, gleich über unseren Heiland fällt. Geschrieben ist ja eigentlich... Und wenn der wütende... Tolles Intervall, gell? Ja, die... Singen Sie das mal? Ja, die... Oh, super. Hätte ich nie gedacht. Aber Kompliment. Fantastisch. Eine kleine None. Jetzt gibt es eine Regel nach Stölzl, nach Telemann, nach Agricola, dass man das noch verstärken kann mit einem sogenannten oberen Vorhalston, einer Apocciatura, nämlich... Und wenn der wütende Herodes... Und das hier ist natürlich noch schöner darstellend. Diese Details, die Sie vernommen haben in den letzten Kantaten, die stammen ja von unseren Appenzeller Wachtagen. Die Idee, die uns Jörg-Andreas Böttischer, er wird heute Cembalo spielen, beigebracht hat, diese wesentlichen Manieren sozusagen, die sind da, um den Ausdruck des Wortes noch zu verstärken. Und unsere Sängerinnen und Sängern bemühen sich sehr jetzt um diese Details aus der historischen Praxis. Noch eine Stelle, die ich Ihnen unbedingt zeigen möchte, wenn nämlich der Engel kommt. Unseres Heilands fällt, so kommt ein Engel in der Nacht. Man hat den Eindruck, man sei bei Albanberg. Und diese Apocciatura, die wurde von Bach ausgeschrieben, weil er sagte, ich will, dass hier diese gemacht wird und nicht eine andere. Sonst würde man vielleicht singen, einsilbiges Wort, so kommt ein Engel in der Nacht. Klar, der tiefe Ton drückt die Nacht aus. Oder die andere Möglichkeit wäre, so kommt ein Engel in der Nacht. Bach aber setzt, please take, so kommt ein Engel in der Nacht. Ich bin immer wieder begeistert, ob dieser für die Zeit doch ausserordentlichen Expressivität. Und dann die Mittelarie der Sopranistin mit der Solo-Violine. Wenn wir diese verstehen wollen, dann müssen wir daran denken, dass jeweils auch der Episteltext wichtig ist, der in diesem Gottesdienst gelesen wurde. Das ist nämlich ein Abschnitt aus dem 2. Petrusbrief, in dem es heißt, dass die Christen leiden müssen, verfolgt werden, aber sie sollten das als Ehre verstehen und eine Freude empfinden dabei, dass sie gewürdigt seien, mit Christus zu leiden. Darum kann jetzt gesungen werden, ich bin vergnügt in meinem Leiden. Das heißt, wir sind diesem Vergnügt schon einmal begegnet. Nicht, ich habe Spaß daran oder den Applaus, sondern ich habe genug. Ich bin vollkommen zufrieden mit dem, was mir da aufgetragen ist, meinem Leiden. Denn Gott ist meine Zuversicht. Ich habe sichern Brief und Siegel. Es ist mir gleichsam schriftlich bestätigt und die Bibelkundigen damals, die haben in ihrer Lutherbibel die Merkverse fett gedruckt und wenn der Pfarrer fragte, Brief und Siegel, dann konnte der aufmerksame Konfirmant sagen, der Herr kennt die Seinen. So heißt es dort. Der Herr kennt die Seinen, Gott kennt uns und weiß Bescheid über uns. Dieses ist der feste Riegel, den bricht die Hölle selber nicht. Also, wie es am Schluss der Johannes-Offenbarung heißt, er habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Niemand kann da etwas daran ändern. Es erinnert mich, Karl, was du gesagt hast, an den Schluss des Rezitatives. Und ich habe in meiner Vorbereitung bei C2 diese Stelle nämlich aufgeschrieben, die ich Ihnen jetzt doch nicht vorenthalten möchte. So will ich dich doch nicht verlassen, noch versäumen. Das war sozusagen die konfirmandische Antwort. Du hast mir gesagt, Hebräerbrief, aber es sei auch noch aus dem Jonas-Brief. Ja, das wird verschiedentlich zitiert. Es ist also im Joshua wird das verheißen, der muss ja die Nachfolge Moses antreten und hat eine schwierige Aufgabe und da verspricht ihm Gott, du hast nur Mut, verzage nicht, ich will dich nicht verlassen, im Stich lassen. Und das wird dann wieder im Hebräerbrief zitiert als Botschaft aus der Heiligen Schrift übertragen in die Gemeinde, die an die Hebräer dort gerichtet ist. Ich zeige Ihnen eine, sagen wir, übliche und nicht sehr spektakuläre Musikalisierung. So will ich dich doch nicht verlassen, noch versäumen. Bach, so will ich dich doch nicht verlassen, noch versäumen. Und wir haben bei der Arbeit gesagt, komm, wir machen doch noch ein bisschen Moldur hinein. Nämlich, so will ich dich doch nicht verlassen, noch versäumen, Moldur. Sie sehen, wir versuchen mit den Bachschen Mitteln gewisse kleine Freiheiten, die wir in der Bezifferung haben, so auszuführen, wie wir es uns denken. Wir würden, glaube ich, durchaus wagen, mit Herrn Bach die Diskussion aufzunehmen. Er würde vielleicht sogar ab und zu mal sagen, gar nicht so hochgeschlecht. Mindestens wenn er ein Appenzeller gewesen wäre. Nun, die Musikalisierung dieser Vergnügtheit im Leiden. Violinsolo mit Continu. Musik Ich bin vergnügt in meinem Leiden. Eine lockere Allegretto-Stimmung im Continuo. Ra-da-dim-pom-pom-pim-pom. In der Melodie. Pam-ti-ram-ti-ram-ti-ra-da. In kleinem Raum. Ich habe den Eindruck, wie eine Person, die sagt, es ist so, ich bin einverstanden damit, aber ich weiß, meinem Leiden, mit diesem Seufzam-ti-ram-ta-da. Jetzt kommt diese Ri-ri-ra-ram-pi-da-da-dim-ta-di. Sie kämpft sich hoch, es gibt einige Synkopen-Stimmen. Es gibt noch eine Stelle, die mir sehr klar diesen Sachverhalt des Vergnügtseins im Leiden darzustellen. Hören Sie folgendes. Ich bin vergnügt. Man könnte machen. Vergnügt in meinem Leiden. Vergnügt mit meinem Leiden. Vergnügt in meinem Leiden. Eine sehr mässige Lutsche-Version. Jetzt, was macht Bach? Ich bin vergnügt. Vergnügt in meinem Leiden. Er strahlt nach Dur, aber was macht er? Vergnügt in meinem Leiden. Nach diesem Strahlen geht er dann hier in eine ganz andere Kurve. Er kann den Sensus absolut genau hinlegen. Das heisst, die Stelle wird ausgeführt. Und das Kopus, das Gesamte, ist immer in einem Ganzen. Man hat nie den Eindruck, diese einzelnen Stellen brechen aus dem Ganzen heraus. Große Bewunderung für Johann Sebastian. Und nun zu Nummer 4. Kann es die Welt nicht lassen, mich zu verfolgen und zu hassen? Die Welt ist eben wieder die von Gott abgefallene Welt. Die kämpft gegen ihn. Kann sie es nicht lassen, mich zu verfolgen und zu hassen? So weist mir Gottes Hand ein anderes Land. Das andere Land ist hier also Ägypten. Ägypten, das ist sehr symbolträchtig. Das erinnert an die Moses-Geschichte, wo Moses war und dann eben umgekehrt aus Ägypten fliehen musste. Und es heisst dann im Evangelium, dass das sei geschehen, diese Flucht nach Ägypten und wieder zurückzurufen, wie es beim Propheten heisse, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ach, es könnte heute noch geschehen, dass ich meinen Eden möchte sehen. Aus dem Ägypten, dem Land, aus dem einer einmal geflohen ist und ein anderer jetzt wieder hinflieht, wird erhöht das Eden, der Garten Eden, das Bad Radies, an dem er jetzt gerne eintreffen möchte. Wir könnten uns den Gegensatz uns nicht stärker vorstellen zwischen der Hölle, die besungen wird in der Arie 3, und diesem Eden. Hören Sie gleichsam als Nachklang von Nummer 3, diese Stelle, ich habe sicher einen Brief und Siegel und dieses ist der feste Riegel, den bricht die Hölle selber nicht. Und nachher dann das Eden. Ich habe sie schon Brief und Siegel und dieses ist der feste Riegel, die spricht der Hölle selber denn nicht. Was hat er hier übrigens verwendet? Sollten Sie aus Analogiegründen sagen, das war wieder mal Moldur, dann war das der Fall. Aber Sie möchten es vielleicht nochmals nachhören. Er hat hier Dur, er geht in die Dominante, ich bleibe in Dur. Jetzt gehe ich nach Moldur. Fesst der Riegel, den bricht die Halle. Wie die Sehnsucht nach Elise hier noch schärfer. Sie sehen, auch Herr Beethoven kannte das Leiden. Und jetzt die Idee mit dem gleichen Motiv im Bass. Hat mich auch Jörg Andreas darauf hingewiesen, heute bei der Probe. Unsere Probearbeit ist überhaupt ein Vergnügen. Alle arbeiten mit, alle denken mit. Nicht man erledigt seinen Dienst nach Vorschrift, sondern man ist dabei. Es wird viel geredet. Vielleicht denken die unbedachten Zuhörerinnen, was machen die eigentlich? Wir tauschen aus. Wir sagen, was habe ich noch entdeckt? Und in diesem Brunnen, in diesem Grandiosen, finden wir Früchte. Es ist eine Freude. Jetzt aber klingt es so. Ach, könnte es heute noch geschehen, dass ich mein Leben möchte sehen. Ach, könnte es heute noch geschehen, Und unsere Sopranistin Gerlinde Seemann hat mich gefragt, Was ist es mit diesem komischen S? Ach, könnte es heute. Warum ist das so lang? Warum ist das so betont? Da habe ich gesagt, auch ein interessanter Hinweis. Es, was ist dann es, Karl? Könnte es geschehen? Ja, eben gerade das ganz Große, dass ich jetzt in dieses Paradies käme. Das ist nicht so ein kleines Praline-Geschenklein, sondern das große Weihnachtsgeschenk gleichsam ins Paradies zu kommen. Und Sie sehen, in diesen Details einfach ist er unschlagbar. Man kann eigentlich aufschlagen, wo man will. Man findet immer noch mehr. Wenn man ein Stück wieder erarbeitet, wie die Matthäus-Passion, man kann es zehnmal machen. Das sagen auch alle anderen Dirigenten. Du kommst immer wieder auf Neues. Das Hassen wird selbstverständlich schön dargestellt. Kann es die Welt nicht lassen, mich zu verfolgen und zu hassen. Gell, klar, was für ein Akkord. Böse Zeit. Ja, das haben wir gelernt. Da bringen wir nicht mehr weg. Ja, das ist für die so. Gut. Nun, der grandiose letzte Satz, der zwar sehr ähnlich tönt. Ich habe vor mir eine schwere Reis zu dir ins Himmelsparadeis. Sie möchte immer noch ins Paradies. Damit mein rechtes Vaterland, daran du dein Blut hast gewandt. Vielleicht schauen Sie doch das Luzogramm noch an, das ich bei Eduard geschrieben habe. Bei E, rechts rüberfahren, Sopran. Die kleinen schraffierten Kästchen sind der Choral. Ich habe mir eine schwere Reis und der Bass sagt dazu, nur getrost, ihr Herzen. Haben wir nicht etwas Ähnliches gehört? Oben hat er gesagt, nur Geduld, mein Herze. Zu dir ins Himmelsparadeis? Hier ist Angst, dort Herrlichkeit, sagt der Bass als Kommentar dazu. Da ist mein rechtes Vaterland. Und der Bass sagt, und die Freude jener Zeit überwieget alle Schmerzen, daran du dein Blut hast gewandt. Und der Bass wiederholt nur getrost. Hier ist Angst, dort Herrlichkeit. Ich nehme an, hier ist auch an das Jesuswort gemahnt. Es ist nicht direkt ein Jesuswort in dem Sinn, aber er sagt an einer Stelle, dass ihr jetzt habt ihr Angst in dieser Welt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wahrscheinlich könnte man an diese Stelle denken, oder auch an andere Jesusworte, eben auch vom schmalen und breiten Weg, der eben gegangen werden muss, aber der Ton liegt auf dem anderen. Seid getrost. Die Parallelität des ersten und fünften Satzes ist erstaunlich. Es ist der gleiche Choral, es ist das gleiche Versmaß beim Bass, es sind wirkliche Entsprechungen. Einmal ist es das Herze, ach Gott, wie manches Herze leidt, die Sopranistin. Der Pastor sagt nur Geduld, mein Herze, und hier sagt er nur getrost, ihr Herzen. Man könnte fast die gleiche Musik verwenden. Bach wählt aber ganz was anderes. Hören Sie, was ihm da in den Sinn gekommen ist. Ein brandenburgisches Konzert der Herrlichkeit. Schauen Sie bei Dora nach. Dora auf meinem Blatt, das Edu-Wiolin-Konzert lässt grüssen. Hier ist es oder von mir aus wachet auf. Das ist diese lustige Art, das ist die Bogenstrichangabe. In der ersten Note ganz kurz. Probieren Sie das aus zu Hause, es ist ganz lustig vor dem Spiegel. Geht für die Kaumuskulatur. Und dann haben Sie sehr ein schönes Tün, dann können Sie alles nachher schminken, etc. Was macht die Bassstimme? Sie geht vom mittleren C. Die Sache ist sicher, ich habe meine Zuversicht. Zusammen. Und jetzt kommt was ganz Hübsches. Synkopen im Bass. Man hat den Eindruck, ein glücklicher Mensch springt. Hören Sie nochmals dazu. Und dann erstaunlicherweise nicht ein brandenburgisches Konzert mit einem Cembalo-Solo, sondern ein Choral dazu. Das ist Bach. Ich habe für mir ein schwerer Reis, jetzt kommt was dann dazu. Nur getrost, getrost, ihr Herzen. Nur getrost, nur getrost, getrost, ihr Herzen. Getrost, ihr Herzen. Hier ist Angst, dort Herrlichkeit, Herrlichkeit. Natürlich wie der Moldu. Hier ist Angst. Immer wieder die gleichen Mittel, aber in einem anderen Zusammenhang. Ich musste umschalten, ich konnte natürlich nicht beide Stimmen singen. Die Sopranstimme singt den Choral hinein, der Bass singt mit dem Orchester zusammen, das brandenburgische Konzert, als ob der Himmel sich kurz einmal öffnet. Und man den Eindruck hat, so wird es dann aussehen. Also eine weite Reise, sie hat eine schwere Reise vor, sie weiss noch nicht, wie es sein wird, aber die Bach'sche Musik verkündet hier noch mehr. Karl und ich haben uns lange unterhalten, wer sind diese Personen? Und Martin Petzolde haben mir ein Mail geschrieben und sagen, würden Sie dann bitte, wenn Sie kommen und sagen, wer sind diese Personen? Es kann ja nicht Gott oder Christus sein. Übrigens, die Bassstimme war zuerst gar keine Bassstimme, in der ersten Partiturniederschrift war es eine Altstimme. Erst mit der Zeit hat er sie nach unten gelegt. Ein Entscheid während des Komponierens. Karl, was sind eigentlich die beiden Personen für dich? Ich hätte eigentlich gerne gehabt, wenn das Maria und Josef gewesen wären. Denn der Josef, der kommt ja nicht gut weg in den Evangelien. Er spricht in den allen Weihnachtsgeschichten kein einziges Wort. Muss nur schweigend dabei stehen. Ja, die können Sie nachprüfen. Und dann hätte er jetzt wenigstens da auf der Flucht nach Ägypten, hätte er seine Maria trösten können und sagen, nur geduldig, der liebe Gott ist auf unserer Seite. Keine Angst, es kommt schon gut. Aber das kann es ja auch nicht sein, denn er spricht ja hier, er heisst es in der Aare, der lässt Josef träumen, so hat er ja sicher nicht selber so gesagt. Also müssen es einfach zwei glaubende Menschen sein. Und da sind wir dann eigentlich nicht mehr weitergekommen und haben Herrn Petzold gefragt. Wir haben Herrn Petzold gefragt und Herr Petzold hat Antwort gegeben. Er hat mir eine persönliche Mail geschrieben, er war schon im Krankenhaus. Ich möchte gerne dieses Mail Ihnen vorlesen, weil ich denke, das ist doch O-Ton von Martin Petzold. Ich komme gleich zu dir rüber, Karl. Nun, Herr Lutz, zu Ihren Fragen. Die Kantate schien für Dürr, das ist einer der großen Bach-Forscher, von Bach erst sukzessive zu einer Dialogkantate entwickelt worden zu sein. Die frühere Besetzung, wie ich Ihnen gesagt habe, des Satzes 1 mit Altstimme später durch Bass, doch trägt schon das Autograf von 1727 den Titel Dialogus. Das in der Theologie seit dem 17. Jahrhundert gängige Interpretationssujet für einen geistlichen Dialogus ist das des Gesprächs der glaubenden Seele mit ihrem Freund und Herrn Jesus, gewonnen aus der mittelalterlichen Mystik des Bernhard von Clairvaux und seiner christologischen Ausleben des Hohen Liedes Salomonis, wie Karl Graf uns das schon des Öfteren erklärt hat. Auch erweiterbar überhaupt für den Dialog zwischen Gott und dem Menschen, in der Regel mit Sopran und Bass besetzt. Die Textgestalt von BWV 58 lässt aber deutlich werden, dass es sich um den Dialog zwischen zwei glaubenden Menschen handelt. Schöpfungstheologisch als abbildliches Handeln des Verhältnisses von Gott und Mensch verstanden. Aber da muss ich sagen, da bin ich wieder nicht ganz mitgekommen, da haben meine theologischen Zahnräger begonnen zu knirschen. Fragen wir den Herrn Pfarrer Graf, was heisst das? Schöpfungstheologisch als abbildliches Handeln des Verhältnisses von Gott und Mensch verstanden. Also, ich kann ja das Wort Gottes oder das Wort Jesu nicht anders hören, als so, dass ein anderer Mensch es mir zuspricht. Und so ist also der verkündigende Mensch, der Prophet oder wer es ist, ist ein Abbild Gottes, der zum Menschen spricht. Das macht er wunderbar. So, ich komme sofort nach, nachher weise ich es dann gleich wieder nicht mehr. Ob man dafür spezielle Personen heranziehen muss, wie Sie meinen, Herr Lutz? Simeon jedenfalls nicht, da das Sonntagsevangelium, das der Flucht nach Ägypten ist und die Spezialität des Simeon, Sterben im Glauben nicht kennt. Der Bezug zum Sonntagsevangelium hilft die Frage nach den redenden Personen insoweit klären, als die frühe Christusexistenz bereits als Kleinkind auf der Flucht in die alltägliche Christenexistenz gehoben wird. Da habe ich auch etwas gezögert und habe gedacht, bin ich froh, dass Charles Graf existiert. Da sind zwei Sachen drin. Die Christusexistenz wird also schon im kleinen Kindlein gesehen. Das kann man auf vielen Darstellungen der bildenden Kunst feststellen. Da hat Maria ein Kind auf den Armen, aber das hat ein erwachsenes Männergesicht. Um darzustellen, dieses Kindlein ist eben der Christus, der kommt. Und das Ganze wird jetzt übertragen in die menschliche Existenz. So wie Maria mit dem Christuskind auf der Flucht ist, so sind auch wir Menschen in dieser Situation und haben diesen Trost nötig. Weiter schreibt Professor Petzold, diese beiden Ebenen bleiben durchwegs präsent. Am Sonntagsevangelium orientiert, besonders in den Sätzen 2 und 4. Wenn sich die Sopranstimme als glaubende, aber dennoch verunsicherte Seele darstellt, finde ich, Maria würde gut passen, haben wir es bei der Bassstimme mit der tröstenden und zur Geduld mahrenden Stimme zu tun. Why not Joseph? In der Christenexistenz haben sowohl Klage- und Schmerzerfahrung ihren Platz, als auch Trost und Bekenntnis. Und dann erklärt er mir nochmals auf einer grossen Seite, wie das ist, die Idee des anderen Landes, der Weg, die Entscheidung zwischen dem breiten und dem schmalen Weg, das Ägyptenland, das Asilland. Und zwar eben hintergründig in Umkehrung der Moses-Geschichte, in der Mose aus Ägypten fliehen muss. Und er erklärt mir Nummer 1, warum verharrend und eher getragen dieser Satz im Menuet-Charakter und warum dann den Aufbruch umsetzend im letzten Satz. Er erklärt mir dann auch, dass Bach diese Kantate zu seinem Choralkantatenjahrgang dann dazugezählt hat, weil er auf solch grossartige Weise die beiden gleichen Choralmelodien in so unterschiedlicher Art verwendet hat. Und dann schreibt er am Schluss noch, jetzt ist es doch mehr geworden, als ich ursprünglich wollte. Sie sehen, ich bin immer entzündet. Ein grossartiger Mensch, wir hätten ihn sehr gerne heute bei uns begrüsst und ich hoffe, dass er sich bald gut erholen kann und wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020